Hi und herzlich willkommen zurück bei Leon X und dem Club der Verrückten mit Mario und Rocco. Hey, hallo. Hey, die Falle jetzt mal. Hüpfen hier und da. Komm, nein, bitte nicht. Nein, okay. Und heute spielen wir wieder Ben und Ed. Und ich habe den Vorschlag, da die Workshop-Maps zum Teil ziemlich buggy sind und auch nicht gerade das Beste, sagen wir mal so. Heißt das, ja. Ja, das ist schlecht. Deswegen nehmen wir mal die hier. Ja, war doch schon mal, ne? Schon, aber da hast du geschubbelt. Ach, war das die allererste, die wir damals gespielt haben? Ja, da bist du einfach so von der Seite runtergesprungen. Das machst du diesmal nicht. Nee. Und hoffentlich kommst du diesmal durch die Stacheln, Rocco. Ja, okay. Hey, der ist jetzt hier eingespielt. Das ist sein Tag. Ich weiß. Nee? Hast du mehr Leben gemacht? Nein, das ist immer noch die gleiche Anzahl. Wollen wir noch noch ein Zeug? Wollen wir eigentlich diesen Bett? Ach, Gott. Ich brenne. Oh Gott, ich habe meinen verloren. Das Problem ist halt nur, wir zocken ja Ben und Ed. Ben und Ed, ja. Ben und Ed eigentlich nur für Aufnahmen. Ja, eben, deswegen. Ich habe es auch schon fast komplett verleert. Wow, wow, what the fuck. Das war aber richtig closed gerade. Mit den Lasern? Der Laser hat mich fast, äh, getrunzelt. Gut, ich habe Hype-Vorteile. Das ist meine Held. Oh, oh, Bouncer. Bouncer, und Tschüss. Allerdings. Ach du Scheiße. Alter, was für ein Müll. What? Was für ein Müll. Ich werde hier gerade nicht durchgematscht, Alter. Und ich bin einfach wieder respawned. Obwohl ich mir die respawn-Taste geglückt habe. Das passiert mir aber tatsächlich auch. Super häufiger. Ups, häufiger, als du denkst. Nein, ich bin Kopf. Äh, Mario, wie bist du denn? Ich bin schon hier und bin verteilt worden. Tschüss. Hey, was war das? Bom, au. Ich bin zu Ninder verloren, scheiße, auch. Komm, ich bin durch. Also als halber Kopf ist echt scheiße. Ich hatte das letztes Mal. Komm schon. Nein, jetzt bin ich hier und reinkommen. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So, äh. Ist das jetzt richtig? Ja, doch, ich muss hier an den Dingern vorbei. High five, high five. Nein! Das ist doch Hammer. Nein! Ach, verdammt. Warum habe ich den so schnell gemacht? Oh, schade. Dann trage ich mich auch gerade. Weißt du, Mario, manchmal baue ich irgendwas und dann fällt mir ein, wo ist doch scheiße. Ich will meine Stachel kugeln. Ach, Gott sei Dank. Zumindest weiß ich, das passiert noch. Ja, gut. Und da oben bist du? Ah, der Markus ist ja auch schon hier. Hallo. Hallo. Alter. Okay, ich habe mich irgendwo drauf gefasst. Wow. Machen Sie? Oh, shit. Alter, ich bin vollkommen raus. Ah! Der will zacken ja eigentlich nur zur Aufnahme. Ja. Ach, komm. Das ist der Fehler. Nein. Nicht platt machen. Ich habe mich jetzt auch mal raus, dass meine Probleme gehabt. Okay. Ah, Alter. Nicht platt machen. Alter, ich bin schon wieder weg. Nein. Ich bin schon hoch da. Quietsch, quietsch. Yes. Nein, nicht auf die Fall. Ah, Moment. Ich erinnere mich. Wo waren die Bomben? Da sind sie. Ach, was? Genau. Und wo war ich letztes Mal runtergesprungen? Ja, genau. Hier war ich runtergesprungen. Oh, wie hinter das Placete. Oh, wo kann es immer noch nicht ganz drauf? Da waren ja auch Bomben. Scheiße. Vielleicht. Ich sag ja nichts. Okay, das hier hatte ich letztes Mal komplett übersprungen. Da muss ich schommeln erst gegen. Nein. Diesmal wird nicht geschummelt, Mario. Nein. Alles gut. What? Okay, da konnte ich nichts für. Der Schlachelkugel hat mich durch den Zaun hier gerade gebackt. Wo ich eigentlich als Bob durchkommen muss. Bei diesem Bouncer-Dicken da. Da konnte ich nichts für. Wofür? Yes. Alter. So. Leon. Ja? Einsatz. Einsatz. Wow, ich wollte. Wow, Leon. So, jetzt aber. Arrivederci. Aber so viel zum Thema wie deine Schummeln. Du hast dich gerade einfach... Ja. Ach, scheiße. Ich bin durch die Falltür gefallen. Was soll ich denn machen? Ja gut, ich bin auch hier durch den Zaun gepackt, der hinter dir war. Alter, Alter, ich bin durch. Okay, Leon. Oh Gott. Sehr gut. Okay, Rocco. Dieses Mal schaffst du es. Ich brauche mich durch. Die fallen ganz einfach. Ich mache den Kugel. Guck mal, da rechts ist eine Platte. Da muss ich drauf retten. Jetzt! Renner, rechts auf die Platte. Rechts, links. Ne, da hat er doch gerade das... Hey, ja. Mehr oder weniger. Außer die Kugeln kollidieren gegen dich. Ja, nee, das geht jetzt nicht mehr. So, jetzt raufen die wieder parallel runter. Vorsicht! Jetzt musst du die Platte benutzen. Komm jetzt. Jetzt kannst du auf der linken Bahn laufen. Jetzt nicht mehr. Das ist halt dieser Moment, wie die Kugeln fliegen. Ist ja ein bisschen random. Wie du das gemacht hast, Leon. Ich finde das auch nicht schlecht, wie du das gemacht hast. Ja, das habe ich ja mit Absicht so gemacht. Ja, schon klar, schon klar. Warum rennst du denn die Kugel? Kommt diese lustigen Geräusche. Rocco, Rocco. Ja, ich komme hier nicht durch. Doch, rechts auf die Plattform musst du rennen. Jetzt los. Ich schaff's das, Rocco. Ja, wenn er mal rennen würde, würde er es schaffen. Wir haben schon mal was von springen gehört, ne? Wieso rennt er jetzt? Da unten ist so ein Stückchen feste Lame. Das ist eine schlechte Idee. Das bin ich nicht, so ein protokollisches Protokoll. Das bin ich nicht. Meine Hände sind oben. Ja, okay, ich war es kurz. Alles gut. Entschuldigung. Ich werfe nichts davon. Wir kommen jetzt an mit Leiszeichen. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Das ist doch gut, was doch egal ist. Guck mal, das klappt doch wunderbar. Jawohl. Wir kommen jetzt recht aus die Plattform. Ja, komm, Rocco. Nein! Nein! Weißer! Was ist los? Es ist fast geschafft. Alter, Alter. Was ist halt, du Silber? Ach ja, das war der Bolzen, den ich hinten eingebaut habe. Ja, der Bounce, ja, ich sehe, der Bounce, der verbäßt das auch. Echt jetzt? Bounce, oder? Der ist nicht neu, der steht da schon immer. Der ist mir jetzt erst mal zum ersten Mal ausgefallen. Und jetzt auf die Plattform. Jawohl. Genau. Jetzt rüber auf die andere Seite. Jetzt dazwischendurch. Jetzt, 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 komm weiter, ja. So, wie geht das jetzt? Jetzt, wenn du jetzt weiter vorbeigerolltest, gehst du auf die Plattform, die da vorne links ist. Genau. Und du rennst dann direkt durch bis das Ende der Plattform. Jetzt! Ja, genau, und wenn die nächste Kugel fällt, genau, äh, dann hinter die Plattform, dann haltet ihr bis ans Ende der Plattform laufen. Und dann trefft ich die Kugel nicht mehr. Jawohl. Und wie geht das weiter? Ja, das ist jetzt relativ einfach eigentlich. Eigentlich. Ja, guck mal, da oben, die fällt die ganze Zeit runter. Äh, gerade war eigentlich richtig gut. Jetzt! Warte, 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 stopp, stopp. Jetzt sprinten! Ja, sehr schön, Rocco. Drüber. So weit warst du letztes Mal nicht gewesen. Äh, Kettenwegel. Ja, mach. Jawohl. Vorsicht, falsch, Hör. Stopp. Nein! Wieso nein? Läuft doch alles gut. Läuft doch alles gut, du bist kurz vorm Tor. Rocco, du, dein Tor ist schon auf vier. Ich dachte, ich stehe. Ich dachte, ich stehe. Ich dachte, ich stehe. Ich dachte, ich stehe. Ach so. Ein kleines Special-Catch, das ich eingebaut habe, das war so, so, es hat genau so funktioniert, wie ich es mir gehofft hatte, so unwissend denken, so, nein, scheiße, oh nein, und dann auch, ich bin ja viel weiter. Ja! Ah, schön. Oh, gut. Aber genau so macht man es, Rocco. Das ist wunderbar. Ja, genau so macht man es. Gut. Ja, so nicht. Nein! Nein! Wieso ist so eine Lücke? Weil ich, weil man da eben nicht einfach so durchrollen soll. Mano. Das war Klaus. Nein! Hau mal! Oh Mann, Alter, raus aus der Halle. Hui! Oh, krass. Ja? Boah. Okay. Wir können, ah, schade. Aber so weit ist noch nie. Man kann sagen, wir können auch die Webpads außerhalb malt. So weit ist noch nie. Ja. Ja, das kann nur ich. Oh, doch, oh Mann! Und noch weiter! Noch weiter als vorher! Hier ist die Unendlichkeit und noch viel weiter! Hui! Boom! Ohohohohoho! War schön. Ja, also, ähm... Wenn, ätzt er mal wieder von Lacher gut. Rocco hat den Überflieger... Jawohl! Er hat es geschafft, endlich! Sehr schön! Und Mario ist wieder der Erste. So, ach, respawns, okay. Not bad. Haha. Uuuh, was machen wir jetzt? Was hab ich noch? Gott, mehr raus. Das ging ja ziemlich schnell. Das haben wir noch. Over the rainbow. Wer erinnert sich noch? Deto. Okay, die Musik hat gerade schon gepackt. Erst kam ein Anderad-Track und dann kam noch einer. War das bei euch auch? Nö. Höh, okay. Das Prinzip, immer geradeaus. Was? Das Prinzip ist einfach, da hast du recht. Wow! Ich prügel mich gerade mit Mittelfinger. Schreibt mehr und steht auf dem Mittelfinger. Tschüss! Ich hab ja einen gewatscht bekommen. Okay. Nein, ich wohne. Was war das denn? Na, ich hab kein Bein mehr. Okay, wie hab ich das denn das letzte Mal gemacht? Achso, ja genau, das war ja hier geradeaus durchlaufen. Alter! Alter, ich hab kurz ein bisschen übersteuert. Wow, Alter, war das krabb. Oh Gott, so geht's nicht. Stimmt, so. Oh, erster Checkpoint. Sauber, Mario. Hey, so hängst du. Kann ich nicht. Wow. Klappt alles. Oh. Da, Rocco, hängst du ab? Ja. Rocco hängt ab, nichts hält ihn am Boden. Er hängt ab, nichts hält ihn am Boden, okay. Mario, hast du zufällig da vorne einen Fuß verloren? Da war nämlich einer. Ja. Ich vermisse dich, kannst du mir den mitnehmen? Bist du so nett? Nee, ich hab da jetzt meinen daneben gestellt. Sieht aus wie ein paar Schuhe. Der nächste Zombie, der einen Schuh vermisst, kann sich den ja abholen. Na, ich geh genau in die Lücke. Ist zwar auch nicht ganz so gewollt, aber... Ich krabbel jetzt. Ohne Beine geht das nicht. Ey. Das ist auch schön hier. Buch abgesnabelt. What the... What? Okay. Doch, mein Spiel ist abgestürzt. Dein was? Was? Mein Spiel ist abgestürzt. Oh, Rocco left the Game Show. Scheiße. Oh. Egal, ich bringe das Level jetzt noch zu Ende. Machen wir mal kurz einen Cut. Nach dem Level. Ja. Dann ist Rocco auch wieder dabei. Die ist sehr ärgerlich. Na gut, kannst du leider nichts dafür. Aber du hast uns auch Rocco, oder? Das passiert manchmal bei Steam, ne? Rocco? Ich auch. Okay, alles klar. Alter! Ich lehme doch keine Sonnenbrille mehr. Doch. Jetzt hast du wieder eine. Hm. Ich bin dann teilweise auch wirklich so auf Glück durchgesprungen. Der Kamer macht manchmal so ein Geräusch wie, als würde die, wenn die diese Klingen was abschneiden. Aber, ähm, haben die mir im Ende doch nichts abgeschnitten. Ich fühle sie die Nase voll. Ich weiß ja, dass ich da nicht durchkommen kann. Ich mach's trotzdem. Ich bin dann tatsächlich einfach durchgelaufen. Hast du überlebt? Ja. Ja. Tatsächlich. Aaaaaah! Wenn mich ein Stuhl in der Luft trifft, oder was, du Sack. Nein, nein. Ich höre auf. Nein, nein, nein. Ja. Nein, nein. Nein. Zehn. Ja, ist ja schön. Das kann nur der Leon. Ja, wenn mit Style, ne? Wenn mit Aua. Mit. Äh, what? Wieso steht bei mir... Ich wollte auch kurz sagen, ne? ...Live's No Respawns. Das macht keinen Sinn. Okay. Ne, gut, dann holen wir eben den Rocco und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, einen Moment. So, Rocco ist wieder da. Strange. Ja. Im Spiel. Hm, haben wir auch noch nicht gehabt. Ne. Ich kann keine Woofs machen, merke ich gerade. Obwohl ich die Zahlen drücke. Keine Ahnung. Hier klappt alles. Nö, bei mir nicht. Bei dir auch, com? Nö, bei mir auch nicht. Strange. Das Spiel macht komische Sachen. Ja. Kann sein, Leute. Okay. Sollen wir noch eine Map machen? Eine machen wir noch. Ich hab da was. Warte, hat der Leon dann eine Petto. Ganz, ganz, ganz. Das Spiel, dann ist cool. Ja, müssen wir nicht leben. Ja, 15. Äh, Moment. Was? Eine Minute? So. Ja, okay. Wir müssen insgesamt zwei Leben pro Minute auslöschen. Ach, coole Musik. Mehr haben wir schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Ja. Das letzte Mal das PD Achievements machen wollten, Mario, ne? Ja, stimmt. Da haben wir uns doch hier diese Ketten, hier mit Kettensäge und Spritze und allem drumherum dran. Aber ich will nicht direkt wieder mit einer Shotgun anfangen. Ich find die sowieso OP. Aber Leon gönnt sich natürlich erstmal eine Shotgun. Natürlich, Leon muss... Oh, dann auch der Rocko. Leon muss hier seine Call of Duty-Gene spielen lassen. So will das aber nix. Na? Hab ich mich versteckt? Wir sehen dich jetzt halt in Rocko. Alter! Ja, hihi. Das hat so funktioniert. So will das aber nix. Oh! Rocko! Oh nein! Du warst neben! Nein! Du hast mich da nix gerückt! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, es geht weg! Nein! Scheiße! Alter, was hat das für eine Wage? Hab ich dich erwischt? Ich sag kurz, sie klingert mich erwischt, aber auch nix. Nein! Ja, aber der Rocko ist ja gezahlt. Mir fehlt ein Bein, merk ich gerade. Oh. Achso, okay. Ich dachte, der Kopf hat nur überlebt. Da überlebt gar nix mehr. Nö, nicht mal der Shotgun. Es sei denn, das ist irgendwie von zu weit weg. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Na komm, ich wollte dir noch ne Impfung geben. Nein, danke. Ich war erst neulich beim Arzt. Alter. Hallo. Und tschüss. Oh komm. Nein! Brauchst du neben mir vor dem Arzt? Das war knapp. Nein! Brauchst du. Garry, ich will gar nicht irgendwie Blödsinn machen. Ich auch irgendwie. Ich möchte dabei nicht drauf gehen. Sackte er und an der Lage. Gefallen. Sackte er und sprach. Er war tot. Ah komm. Nein, ich bin trotzdem. Hier. Ja, du hast ihm die Impfung verpasst. Nein. Komm her. Alter. Nein, hau ab. Geh weg. Alter. Alter. Wow. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Au. Tschüss. Hoi. Tschüss Rocco. Was sagt er und starr. Trip. Na. Diesen Messer. Da ist eine Rocco hin. Ach, da ist er ja. Okay, ich muss uns irgendwie spawnen. Wieso? Was war los? Ne, die Klinge am Anfang habe ich mir meine Beine weggeschnitzelt. Ich konnte keine Waffen mehr aufnehmen. Oh, wir sind schon wieder. Ja, genau das, was Rocco ist passiert. Ich bin hinter mir. Was? Ja, genau deswegen. Ich leuchte mich von hinten ran. Trip, Rocco. Noch? Wie meinst du etwa, ich kann ihn nicht treffen, nur weil du unter mir bist? Oh, was macht denn der Mario da? Mhm. Rocco, meinst du etwa, ich kann dich nicht treffen? No. So wird er dabei nichts. So auch nicht, Mario. Ich habe hier, ich habe vier Asse im Ärmel, nicht bloß zwei. Na, nein. Und da fällt er schon wieder. Habe ich dich getroffen? Ja, aber ich bin doch nicht tot, ne? Ui. Das können wir erinnern, komm her. Oh, Mann. Du bist ja tot. Oh, Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Alter! Alter! Das ist der Shotgun, wie sollt ihr so viel range? Ja, wenn du zielst, dann kannst du natürlich auch genauer treffen. Ich bin Höhe. Hallo. Tschüss, Rocco. Lass uns bald mal das unter sich ausdiskutieren. Ich bleib' in meinem Versteck. Wow. Hammer time. Ich bin in der Kiste. Hihi. Achso? Ach, Angst. Mist. Man hört so. Bam, bam. Wow. Na, warte. Das war ich. Ja, gut, wer soll sonst sein, wenn der Leone schlau ist? Das war fies. Das ist auch was. Ich wollte ihm gerade aus der Luft wegballern. Hat aber leider nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da hinten, er kriecht. Herr Sonne, Schapamoriger. Hi, Rocco. Alter, wo kam der denn her? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe nicht hinter der Seite verstanden. Ja, trotzdem. Ich habe deinen Namen nicht mal gesehen. Was machst du? Wollte ich gerade sagen, aber du weißt jetzt doch den Namen. Na, warum macht man das? Hup, 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 hup. Hui. Du hast dich ja nicht mal getroffen. Doch, habe ich. Weil du mir genau in den Schuss reingelaufen bist. Ich war über dir. Noch zwei Täter. Mario steht da hinten am Ende des Ganges. Doch, so weit weg. Nein, da bist du. Und ich stehe direkt neben dir. Alter. Oh, sauberer Schuss. Der hat ein Problem. Ja. Das ist ein Problem, dass ich ein Krüppel bin. Wow. Geht dann schon mal zum Ziel, ne? Ich schau mir das Ganze mal an, ne? Und mal da fällt der Mario. Oh, ich habe echt die beste Aussicht. Guck mal, wo ich bin. Oh. Ich sehe dich doch gar nicht. Ach, da bist du. Ich bin jetzt auf Respawn. Viel Leben ab dir. Ich habe nur ein einziges. Acht. Oh. Ich habe nicht nur ein. Ja, ich habe aber auf KMU gealbert. Ich wollte gerade sagen. Du hast aber auch ganz schön viel Quatsch gemacht. Ja. Sonst. Mal was anderes. Nicht mal so ernst sein. Nein. So macht man das. So macht man Witze. So nicht. So besagt man seinen Gegner. So, Rocco. Nur noch du und ich. Wo bist du? Da. Ich will nicht sagen. Nein. Ach, Mann. Ey. Ey. Nein. Was, das? Nein. Ich renne da noch. Dammit. Alter. Pass mit dem scheiß Stuhl auf. Warum ich? Wir haben das Traitor. Nein. Ach, Mann. Das war alles. Was, das ist jetzt? Jawohl. Nein. Sehr gut. Erstmal runterfallen. Und es reicht. So lustig gewesen, wenn du jetzt auch von dabei bist. Ja, wenn ich jetzt siebenmal runterfalle, ne? Ah, herrlich. Ich war vorhin, als ich noch im Kopf war, war ich ganz oben auf der obersten Plattform. Ja, ich kann mal Blöds machen. Ja, stimmt. Hat ich gesehen. Tanz mit, das ist der Macarena. Hey, Macarena. Daumen oder sieben. Daumen oder sieben. Oh, ich bin da viel zu krossen. Oh, Baka-Gap-Style. Das geht anders. Aber wie kommt das für die ganze Wahl? Er macht sich die richtige Pose. Schade. Ja, der macht die über Kreuz. Ja. Leider. Ja. Und die so, pro-pro-pro-pro-propaganda-Style. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Warte, warte. Äh, äh. Headshoulder's Niantou, Niantou äh... Headshoulder's Niantou. Niantou Headshoulder's Niantou, Niantou Wie geil! Was machst du da, Mario? Aaaaam E coexist. Aaaah. Ei fehuhuaaaih. Tschuld aus Nien Tho. Ich will Dirigent. Magst du das mit dem nach Ohr? 5 und 2. Äeh... Take care. Take care. Oh Gott und es ist gut. Du bist so geil. Alter. Ne? Oh Gott. Okay, bevor wir noch mehr Scheiße machen, wir enden mir die Folge. Ich hab schon Tränen in den Augen. Und dann sag ich auch mal, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, wir sehen uns. Ich wünsch euch was. Hauen wir rein. Tschau. Entschuldigung, die Ente und die Ente. Tschau.